Dr.Meet.KI ist ein ganz neues Programm, das Inhalte sowohl im Bereich KI als auch der Medizin vermittelt. Wir haben einen relativ strukturierten Aufbau. Zunächst beschäftigen wir uns mit den Grundlagen von KI. Was ist KI? Wie funktioniert maschinelles Lernen? Wie grenzt sich Deep Learning davon ab? In der zweiten Staffel gehen wir dann auf verschiedene Anwendungsgebiete innerhalb der Medizin ein und in der dritten Staffel werden wir auch ethische Herausforderungen und andere Fragestellungen beleuchten. Ich habe das schon im Wahlpflichtmodul in der Charité eingesetzt. Da kamen sehr, sehr positive Rückmeldungen, weil es eben ganz unterschiedliche Elemente verbindet. Man kann es sich als Podcast anhören, man kann aber auch interaktiv auf der Lernplattform lernen. Das ist ganz spielerisch, es werden viele Quizzes gemacht und man kann selbst gesteuert quasi sich über KI in der Medizin weiterbilden. Es soll inspirieren und auch Spaß machen.